Ich möchte noch nichts sagen, bitte. Was genau ist vorgefallen? Bitte? Was genau ist vorgefallen? Nein, ich möchte nichts sagen. Es ist zu früh, ich werde mich irgendwann äußern, aber heute bitte noch nicht. Sind Sie enttäuscht? Ich möchte nichts sagen, bitte. Bitte haben Sie Verständnis. Ich möchte nichts sagen, bitte.